Madame Gazelle hat heute eine Überraschung für die Spielgruppe. Oh, ist schon wieder Halloween? Ich verkleide mich als Zauberer. Ich verkleide mich als Baum. Ich verkleide mich als Zauberbaum. Ja, nein, Kinder. Kürbisse werden nicht nur zu Halloween verwendet. Man benutzt sie auch an einem besonderen Feiertag in Amerika. Er heißt Thanksgiving. Darf ich an Thanksgiving denn trotzdem ein Zauberbaum sein? Natürlich, warum nicht? An Thanksgiving? Man macht noch etwas anderes. Man macht ein schönes Füllorn. Füll, 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 was? Das klingt albern. Ein Füllorn. Das ist ein ornförmiges Körbchen mit Früchten und Gemüse, die im Erbst wachsen. Wir werden unser eigenes machen. Ihr. Danke. Frisches Obst und Gemüse sind Dinge, für die ich dankbar bin. In einer Geschichte heißt es, dass Füllörner sie sogar von allein nachfüllen. Oh, füllt sich das hier von alleine? Leider nicht. Die Spielgruppe macht ihr eigenes Füllhorn für Thanksgiving und sammelt dafür Dinge, für die sie dankbar sind. Ich bin dankbar für Eicheln und Kürbisse. Ich gebe noch diesen Schokoriegel aus meiner Lunchbox. Dazu. Ich liebe Schokoriegel. Oh, ich beiße nur einmal ab. Die Verpackung ist sowieso das Beste daran. Das war knapp. Ihr habt zusammen ein wunderschönes Füllörn gemacht. Peppa zeigt nach der Schule Mama Wutz und Papa Wutz, was sie heute gelernt hat. Das ist ein Füll-Füll-Füllhorn. Es gehört zu Thanksgiving und erinnert uns daran, für unser leckeres Essen dankbar zu sein. Wirklich schön. Oh, aber dein Füllhorn erinnert mich daran, wie unglaublich hungrig ich bin. Es regnet. Peppa und Schorsch müssen im Haus bleiben. Papa, die Sonne scheint wieder. Können wir jetzt nach draußen? Ja, gut. Dann los, ihr zwei. Peppa springt gern in die Matschepfützen. Ich mag Matschepampe. Peppa, wenn du in die Matschepfützen springst, musst du Gummistiefel anziehen. Mach ich, Mama. Schorsch springt auch gern in die Matschepfützen. Schorsch, wenn du in die Matschepampe springst, musst du Gummistiefel anziehen. Peppa kümmert sich gern um ihren kleinen Bruder Schorsch. Schorsch, wir suchen noch mehr Pfützen. Peppa und Schorsch haben eine Menge Spaß. Peppa hat eine kleine Pfütze entdeckt. Schorsch hat eine große Pfütze entdeckt. Guck, Schorsch, eine riesengroße Pfütze. Schorsch will als erster in die große Pfütze springen. Halt, Schorsch. Vielleicht ist sie ja zu tief für dich. Gut, sie ist nicht zu tief für dich. Ach, Schorsch. Es ist nur Schlamm. Peppa und Schorsch mögen Matschepfützen so gern. Komm mit, Schorsch. Wir zeigen Papa, wie wir aussehen. Du lieber Himmel. Papa, Papa, rat mal, was wir gemacht haben. Lass mich überlegen. Habt ihr Fernsehen geschaut? Nein, nein, Papa. Habt ihr etwa gebadet? Nein, nein. Ah, ich weiß. Ihr springt durch die Matschepfütze. Ja, ja, Papa. Wir springen durch die Matschepfütze. Ho, ho. Schaut mal, wie ihr ausseht. Oh. Nicht schlimm. Ist ja nur Matsch. Wir machen es schnell weg, bevor Mami euch sieht. Papa, wenn wir sauber sind, gehst du und Mama dann mit uns nach draußen? Ja, wir spielen alle im Garten. Pfeffer und Schorsch tragen Gummistiefel. Mama und Papa tragen auch Gummistiefel. Pfeffer und Schorsch lieben Matschepfützen. Alle lieben Matschepfützen. Oh, Papa Wutz. Was für eine Schweinerei. Ist ja nur Matsch. Schorschs Liebling ist ein Dinosaurier. Schorsch liebt seinen Dinosaurier. Schorsch jagt Peppa gern mal einen Schrecken ein. Wie schrecklich. Beim Mittagessen sitzt der Saurier neben Schorsch. Wie bitte? Warst du da, Schorsch? Oder war das der Saurier? Saurier. Wenn Schorsch badet, nimmt er seinen Dinosaurier mit in die Wanne. Gute Nacht, Peppa. Gute Nacht, Mama. Gute Nacht, Schorsch. Und gute Nacht, Dinosaurier. Schorsch kann nur schlafen, wenn sein Saurier neben ihm liegt. Schorsch spielt gern fliegender Saurier. Und natürlich langtender Saurier. Peppa und Papa Wutz spielen Dame. Ich gewinne, Papa. Oh, gut gemacht, Peppa. Schorsch? Schorsch, was ist passiert? Saurier. Schorsch, suchst du deinen Dinosaurier? Schorsch ist traurig ohne seinen Saurier. Keine Bange, Schorsch. Wir finden deinen Saurier. Wir brauchen einen Detektiv. Papa, was ist ein Detektiv? Ein Detektiv ist ein sehr gewitzter Mann und ein guter Sachensucher. Ich, ich, ich kann ganz gut Sachen suchen. Also gut, Peppa ist der Detektiv. Schorsch, ich bin der Detektiv. Ich suche jetzt für dich deinen Saurier. Vielleicht sollte der Detektiv Schorsch ein paar Fragen stellen. Schorsch, sag, wo ist dein Dinosaurier? Schorsch weiß das doch nicht. Der Detektiv könnte versuchen zu erraten, wo Sausier steckt. Ich hab's. Ich weiß, wo er ist. Schorsch nimmt seinen Dinosaurier immer mit ins Badezimmer. Also ist der Dinosaurier in der Wanne. Aber im Bad ist er nicht. Oh. Ach so, ich weiß. Ich weiß, wo Sausier steckt. Schorsch würde niemals ohne seinen Dinosaurier schlafen gehen. Also kann er nur im Bett sein. Aber im Bett ist er auch nicht. Oh. Vielleicht sollten wir im Garten nachsehen. Ja, im Garten. Das wollte ich auch gerade sagen. Wo ist bloß Sausier? Der Dinosaurier ist wirklich schwer zu finden. Sausier ist futsch. Ich geb's auf. Schorsch, du spielst doch so gerne fliegender Sausier. Vielleicht flog dein Sausier dieses Mal ein bisschen zu hoch. Da ist er. Da ist er. Ich hab ihn zuerst gesehen. Gut gemacht, Peppa. Du bist wirklich eine gute Detektivin. Saurier. Schorsch ist so froh, dass er seinen Saurier wieder hat. Fliegender Sausier sollte man tunlichst nicht unter Bäumen spielen. Peppa erwartet ihre beste Freundin, Luzi Locke. Hallo, Luzi. Hallo, Peppa. Luzi und Peppa wollen heute zusammen spielen. Peppa hat Luzi gern. Luzi hat Peppa gern. Sie sind die besten Freunde. Peppa, wie wäre es, wenn ihr rauf ins Kinderzimmer geht? Ja, Mama. Schorsch würde auch gern mitspielen. Peppa und Luzi spielen gern in Peppas Zimmer. Schorsch allerdings auch. Nein, Schorsch. Das ist nur was für ganz große Mädchen. Geh und spiel mit deinen eigenen Sachen. Peppa und Luzi möchten lieber alleine spielen. Ich bin die zarte Feenprinzessin. Und jetzt werde ich dich verzaubern. Simsalabim in den Frosch. Schorsch möchte nicht alleine spielen. Schorsch möchte gern mitspielen. Nein, Schorsch. Ich spiele mit Luzi. Such du dir doch mal was anderes. Schorsch möchte mit Peppa spielen. Er fühlt sich ein bisschen einsam. Schorsch, willst du mir helfen? Ich backe gerade Schokoladenkekse. Schorsch, wie wäre es? Willst du das auslecken? Schorsch hilft Mama gern beim Backen. Aber noch lieber spielt er mit Peppa. Ich wäre wohl Schwester. Und ich wäre wohl der Doktor. Und wer ist dann der Kranke? Schorsch. Und ich wäre wohl der Kranke. Und ich wäre wohl der Kranke. Und ich wäre wohl der Kranke. Schorsch. Peppa und Luzi spielen gern Krankenhaus. Schorsch auch. Peppa horcht an seiner Brust. Nun Schorsch. Tief einatmen und husten. Ich glaube, dein Herz ist verrutscht. Ich mach mal ein Pflaster drauf. Mal weit aufmachen. Luzi misst bei Schorsch Fieber. Oh je. Das ist aber sehr hoch. Du musst im Bett bleiben. Mindestens drei Jahre. Papa Wutz will nach Schorsch sehen. Oh nein. Was ist denn mit Schorsch los? Keine Bange, Papa. Wir spielen nur. Schorsch ist unser Patient. Oh, verstehe. Darf der Patient Besuch empfangen? Aber nur ganz kurz. Er ist noch zu schwach. Kekse. Ja, die sind für Schorsch. Mit dieser Medizin geht's ihm bald besser. Ähm, Verzeihung, Doktor. Da brummt was. Ich hab nen schlimmen Bauch. Das kitzelt. Ich kann ihn rumpeln hören. Es ist nur Hunger, Papa. Dann brauch ich wohl auch Kekse, damit es mir bald besser geht. Und ich. Und ich. Und ich. Und ich. Peppa und ihre Familie besuchen Oma und Opa Wutz. Oma Wutz. Opa Wutz. Oma Wutz. Opa Wutz. Hallo, meine Kleinen. Kommt herein. Wir haben was für euch. Was ist es? Wir haben ein Haustier. Ratet mal was für eins. Sousia. Nein, nein. Kein Dinosaurier. Kommt und seht selbst. Oma und Opa Wutz haben einen Papagei. Peppa, Schorsch. Dies ist unser Papagei. Wir nennen ihn Polly. Feine Polly. Feine Polly. Polly braves Mädchen. Polly braves Mädchen. Mama, warum spricht Polly alles nach, was Oma sagt? So sind Papageien. Ich zeig's dir. Hallo, Polly. Hallo, Polly. Hallo, du lieber Piepmatz. Hallo, du lieber Piepmatz. Kommt rüber, ihr Lieben. Der Tee ist fertig. Peppa, Schorsch, schaut mal, es gibt Schokoladenkuchen. Komm, Omi. Peppa und Schorsch lieben Schokokuchen. Doch heute schlingen sie ihn schnell hinunter, um mit Polly spielen zu können. Fertig. Ihr macht aber ne Menge Lärm. Oma, dürfen wir jetzt bitte aufstehen und mit Polly Piepmatz spielen? Habt ihr euren Kuchen denn ganz aufgegessen? Na dann mal los. Hurra. Schorsch, sag etwas zu Polly. Schorsch hat ein kleines bisschen Angst. Hallo? Hallo? Mit Polly Piepmatz zu spielen, macht Peppa und Schorsch einen Riesenspaß. Ich bin Peppa Wutz. Ich bin Peppa Wutz. Schorsch, sag etwas. Peppa und Schorsch tun so, als wären sie Papageien. Ich bin Polly Piepmatz. Ich bin Polly Piepmatz. Peppa überlegt, was sie Polly sonst noch beibringen könnte. Ich bin ein Ploppa-Papagei. Ich bin ein Ploppa-Papagei. Peppa, Schorsch, na spielt ihr denn schön mit Polly? Ja, Oma. Polly ist so ein Liebervogel. Ja, Oma. Ich bin ein braves Mädchen. Ich bin ein Ploppa-Papagei. Ich bin ein Ploppa-Papagei. Du meine Güte. Ich bin ein Ploppa-Papagei. Peppa und Schorsch spielen Verstecken. Schorsch ist an der Reihe, sich zu verstecken. Er muss schnell ein Versteck finden, bevor Peppa mit dem Zählen fertig ist. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, alle aufgepasst. Ich komme. Peppa muss Schorsch suchen. Hab dich. Peppa hat Schorsch gefunden. Schorsch, das Versteck war viel zu einfach. Nun darf Peppa sich verstecken. Eins, zwei, drei. Ich helfe Schorsch beim Zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Los geht's, Schorsch, du kannst anfangen. Jetzt muss Schorsch Peppa suchen. Peppa ist nicht unter dem Tisch. Schorsch, schau doch mal oben nach. Peppa ist nicht unter dem Bett. Was war denn das für ein komisches Geräusch? Peppa ist auch nicht hinter dem Vorhang. Da war wieder dieses komische Geräusch. Was kann denn das sein? Schorsch hat Peppa gefunden. Schorsch hat mich gefunden. Jetzt muss Papa sich verstecken. Oh, ich finde, Schorsch sollte nochmal suchen. Aber Schorsch kann das noch gar nicht richtig. Bestimmt klappt es diesmal besser. Komm, Augen zu und los geht's. Eins, zwei, drei, vier, 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 fünf, sechs, sieben. Zehn, acht, neun, zehn. Alle aufgepasst, ich komme. Oh, Schorsch ist ja gar nicht unter dem Tisch. Sonst hat er sich immer unter dem Tisch versteckt. Willst du denn nicht mal oben nachschauen? Ich weiß, wo er ist. Schorsch ist in unserem Spielzeugkorb. Oh. Schorsch ist gar nicht im Spielzeugkorb. Wo kann er bloß sein? Peppa kann Schorsch nirgendwo finden. Papa, ich kann Schorsch einfach nicht finden. Oh je. Wo kann Schorsch nur sein? Sieh mal an. Ich glaube, hier steht etwas über Schorsch in der Zeitung. Schorsch, hab dich. Oh, Schorsch, das war ein tolles Versteck. Schorsch war die ganze Zeit hinter Papas Zeitung versteckt. Schorsch. Peppa und Schorsch gehen in den Kindergarten. Heute ist Schorschs erster Tag. Schorsch, freust du dich schon auf den Kindergarten? Papa, vielleicht ist Schorsch doch noch zu klein für meine Spielgruppe. Es wird schon gehen, Peppa. Du bist da und Sausia ist ja schließlich auch dabei. Sausia. Aber ich möchte auch mit den großen Kindern spielen. Nicht nur mit Schorsch und seinem Saurier. Oh je. Peppa möchte nicht mit Schorsch in eine Gruppe gehen. Endstation. Papa, bist du sicher, dass Schorsch groß genug ist? Er wird's schaffen. Na gut, wir gehen rein. Die Kindergärtnerin heißt Madame Gazelle. Hallo. Das ist mein kleiner Bruder, Schorsch. Ich hätte auch gern einen Bruder wie Schorsch. Wirklich? Hallo, ich bin Klausi Kleff. Ist das ein Dinosaurier? Bloß ein Spielzeugsaurier. Schorsch. Sausia. Sausia. Spitze. Sausia. Sausia. Ah, wirklich schaurig. Das ist echt spitze. Schorsch ist mein Bruder. Und er ist spitze. Peppa ist stolz auf ihren kleinen Bruder Schorsch. Wollen wir Schorsch zeigen, wie wir mit Wasserfarben malen? Schorsch ist nicht so gut im Malen. Vielleicht kannst du ihm helfen. Ja, ich male sehr gut. Ich könnte ihm eine Blume vormalen. Schorsch, heute werde ich dir beibringen, wie man eine Blume malt. Zuerst malst du mal einen Kreis. Nein, Schorsch, das ist die falsche Farbe. Nun malst du die Blütenblätter. Schorsch, so geht das nicht. Nun den Stiel und die Blätter. Sehr gut. Schorsch, du hast gar nicht zugehört. Na, was haben wir hier? Ein buntes Blümelein. Das ist sehr gut, Peppa. Und Schorsch hat einen Dinosaurier gemalt. Ich finde, die Bilder von Peppa und Schorsch sollten wir an die Wand hängen. Hurra! Peppa, du kannst wirklich stolz auf deine kleine Bruder sein. Ja, bin ich auch. Der Kindergarten ist zu Ende und die Eltern holen die Kinder ab. Kann Schorsch denn wohl wiederkommen? Ja, und er kann uns noch ein anderes schönes Bild malen. Und was malst du beim nächsten Mal, Schorsch? Ein anderes Dinosaurier-Bild. Vielleicht kannst du uns da mal zeigen, wie man Dinosaurier malt. Spitze. Ja, Spitze. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Nur wenn ihr sie dabei nicht stört. Sie hat heute eine ganze Menge zu tun. Klar doch, Papa. Mama Wutz hat heute eine Menge wichtiger Arbeit zu erledigen. Mama, dürfen Schorsch und ich auf deinen Schoß, während du schreibst? Ja, wenn ihr ganz still sitzt. Peppa und Schorsch schauen Mama sehr gern bei ihrer Arbeit zu. Mami, dürfen wir jetzt das Hunde zu tun bei dir spielen? Von mir aus können wir das gerne später spielen. Erstmal muss ich arbeiten. Mama, dürfen wir mithelfen? Nein, Peppa. Hände weg vom Computer. Und Schorsch, das gilt für dich ganz genauso. Ja, Schorsch, mach bloß nicht sowas. Peppa, nein! Entschuldigung, Mama. Ich wollte Schorsch nur zeigen, was er nicht tun darf. Oh je, was macht der Computer denn da? Papa Wutz! Papa Wutz! Was gibt's, Mama Wutz? Papa Wutz, schaust du nach dem Computer? Ähm. Ich mache das Essen, du schaust nach dem Computer. Ähm. Wie du meinst, Mama Wutz? Aber ich bin nicht sehr gut in sowas. Oh, danke, Papa Wutz. Papa Wutz macht sich an die Arbeit. Manchmal hilft einfach ausschalten. Und dann wieder einschalten. Papa Wutz hat es geschafft. Der Computer läuft. Hurra, Papa! Ja? Ich bin halt Experte in diesen Dingen. Papa, dürfen wir das Huhn hat zu tun auf dem Computer spielen? Frag lieber vorher Mama Wutz. Mama hat gesagt, wir dürfen später. Na, wenn es so ist. Aber wo steckt die Diskette? körb DONUKIST key. Äh. Äh. Jetzt bin ich dran. Jetzt bin ich dran. Was ist denn da oben los? Wie ich sehe, läuft der Computer wieder. Ich bin Peppa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Schweinchen in der Mitte. Schorsch spielt im Garten Ball. Peppa möchte auch gern spielen. Schorsch, du machst das ganz falsch. Guck, so wirft man einen Ball. Und nicht so. So machst du das. Peppa kann ein ganz schön freches Schweinchen sein. Schorsch, komm zurück, du Babyschweinchen. Vielleicht treibt es Peppa ein bisschen zu arg mit Schorsch. Peppa, hast du Schorsch geärgert? Nicht in echt, Mama. Ich bringe ihm nur bei, wie man fängt. Wirklich? Gut, ich kenne ein Spiel, bei dem man fangen lernen kann. Schweinchen in der Mitte. Peppa, du nimmst den Ball und gehst darüber. Und du, Schorsch, stellst dich hier hin. Gut, ihr müsst jetzt den Ball einander zuwerfen. Und ich versuche ihn zu fangen. Ich bin das Schweinchen in der Mitte. Mami, ist das Schweinchen in der Mitte. Fang, Schorsch. Oh, verpasst. Schorsch hat den Ball gefangen. Hurra. Prima, Schorsch. Nun wirf mal den Ball zu Peppa. Ups, nochmal. Oh, nochmal. Schorsch kann den Ball nicht an Mama Wutz vorbeiwerfen. Komm schon, Schorsch. Wirf den Ball zu mir. Dummer, Schorsch. Das kann ich doch auch. Peppa möchte das auch mal ausprobieren. Aber sie ist zu groß und bleibt stecken. Ich hab den Ball. Peppa ist nun das Schweinchen in der Mitte. Schorsch, fang. Hurra. Hab ihn. Schorsch, du bist das Schweinchen. Schorsch, fang. Fang den Ball, Schorsch. Fang, Schorsch. Schorsch, fang. Hier ist der Ball, Schorsch. Oje. Peppa, du sollst Schorsch nicht so ärgern. Entschuldigung, Schorsch. Na, was macht ihr Schönes? Papa, Schorsch kann leider noch nicht Schweinchen in der Mitte spielen. Oh, ich bin sicher, er schafft es. Tut er eben gar nicht, Papa. Guck. Fang ihn, Schorsch. Hurra. Das ist unfair. Ist es nicht. Ich habe Schorsch nur etwas geholfen. Mama, kannst du mir auch etwas helfen? Aber natürlich, Peppa. Wirf her, Schorsch. Fang doch, Schorsch. Peppa spielt gerne Ball. Schorsch spielt auch gerne Ball. Alle spielen gerne Ball. Peppa Wutz. Peppa Wutz. Peppa Wutz. Ich bin Peppa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Papa Wutz sucht seine Brille. Papa Wutz trägt eine Brille. Er trägt seine Brille, um besser zu sehen. Wenn Papa Wutz seine Brille trägt, dann sieht er klar. Aber wenn er seine Brille abnimmt, sieht er alles unscharf. Alles ist ein wenig verschwommen. Darum ist es für Papa Wutz sehr wichtig zu wissen, wo seine Brille ist. Manchmal verlegt Papa Wutz seine Brille. Papa Wutz seine Brille. Peppa? Schorsch? Habt ihr denn wohl Papas Brille gesehen? Er kann sie nirgendwo finden. Nein, Mami. Peppa und Schorsch wissen nicht, wo Papa Wutz Brille ist. Oh je. Papa Wutz kann ohne sie gar nicht sehen. Und das macht ihn sehr grantig. Ohne seine Brille kann Papa Wutz seine Zeitung nicht lesen. Das ist ja nicht zu fassen. Ich erkenne nichts. Jemand muss meine Brille verbummelt haben. Erinnerst du dich, wo sie zuletzt war, Papa Wutz? Wenn ich sie nicht trage, ist sie immer in meiner Tasche. Aber da ist sie nicht. Papa, dürfen wir dir beim Suchen helfen? Gute Idee, Peppa. Wenn du sie findest, ist Papa bestimmt nicht mehr so grantig. Ich bin nicht grantig. Peppa und Schorsch suchen nach Papas Brille. Peppa sucht unter der Zeitung. Doch da ist Papas Brille nicht. Oh. Schorsch sucht oben auf dem Fernsehgerät. Doch da ist Papas Brille auch nicht. Oh. Lass uns mal oben im Schlafzimmer nachsehen. Peppa und Schorsch suchen im Schlafzimmer von Mama und Papa Wutz. Schorsch, pass auf, dass du hier nichts umstößt. Oh. Das ist nicht lustig. Peppa sucht unter den Kopfkissen. Aber da ist Papas Brille nicht. Oh. Schorsch sucht in Papas Hausschuhen. Aber da ist Papas Brille auch nicht. Lass uns im Bad nachschauen. Peppa und Schorsch suchen im Badezimmer. Die Brille ist nicht in der Badewanne. Oh. Und in der Toilette auch nicht. Oh. Die Brille ist futsch. Peppa und Schorsch können Papas Brille nirgendwo finden. Wir haben alles durchsucht. Uns fällt nichts mehr ein, wo sie noch sein könnte. Oh je. Was sollen wir jetzt tun? Ich muss dann wohl in Zukunft ohne sie auskommen. Ich werde sehr vorsichtig laufen müssen. Da ist sie. Da ist sie. Papas Brille. Papa Wutz, du hast die ganze Zeit drauf gesessen. Oh. Schussel, Papi. Wo kommt die denn plötzlich her? Tja, das frage ich mich auch. Du magst schusselig gewesen sein, Papa Wutz. Aber dafür bist du nicht mehr grantig. Ich war doch gar nicht grantig. Ich war doch gar nicht grantig. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Gartenarbeit Peppa und Schorsch spielen heute bei Oma und Opa Wutz Opa, fang! Hohoho, fang! Und wer ist das? Saurier! Ein Dinosaurier! Opa, was machst du gerade? Ich pflanze diese Samen ein Und was passiert dann damit? Aus Samen werden Blumen Ich bohre ein kleines Loch und lege den Samen rein Dann decke ich Erde drüber und begieße sie Jede Pflanze in meinem großen Garten stammt aus solchen kleinen Samen wie diesen Etwa auch der Apfelbaum? Oh ja Dieser kleine Samen wird zu einem kleinen Apfelbaum wie diesem Und dieser kleine Apfelbaum wird zu einem großen Apfelbaum wie der da Und im Apfel sind noch mehr Samen drin Für noch mehr Apfelbäume Ganz genau Saurier! Opa! Opa, Opa! Ich will auch was pflanzen Wie wäre es denn mit einem Erdbeersamen? Ja, fein! Aus diesem Samenkorn wird eines Tages eine schöne Erdbeerpflanze Zuerst gräbst du ein Loch Dann decke ich den Samen rein Und decke Erde drauf Soll ich ihn für dich gießen? Nein, nein, ich will es machen Gut, und nun brauchen wir etwas Geduld Pepper und Schorsch wollen warten, bis der Samen sprießt Es passiert überhaupt nichts Du wirst mehr Geduld haben müssen, Pepper Das dauert sehr lange, bis etwas wächst Pepper, Schorsch, wir fahren nach Hause Aber wir warten doch, bis meine Erdbeere herauskommt Ich wollte doch Erdbeeren, jetzt! Keine Sorge, Pepper Beim nächsten Besuch wird das Pflänzchen etwas gewachsen sein Und dann essen wir Erdbeeren Genau Komm schon, Pepper Bis bald, Opa Bis bald, Erdbeeren Opa Wutz sorgt für Peppers Erdbeerpflanze Nach einiger Zeit entdeckt Opa Wutz die ersten Blättchen Tag für Tag wird die Pflanze größer und größer Bis Opa Wutz eines Tages eine Entdeckung macht Erdbeeren Erdbeeren Opa, wir sind wieder da! Pepper und Schorsch sind sehr gespannt Opa, Opa, ist schon was rausgekommen? Ja! Seht doch! Oh! Erdbeeren! Danke, Opa! Opa! Opa, können wir noch was pflanzen? Ja! Diesmal darf Schorsch sich was aussuchen Ja, du suchst aus Sag Karotten Opa, ich glaube Schorsch möchte Karotten Schorsch, würdest du gern Karotten pflanzen? Nein! Was möchtest du denn sonst? Schorsch hat sich überlegt, was er anpflanzen will Sauer Schorsch will einen Dinosaurierbaum anpflanzen Dummer Schorsch Sauerier wachsen doch nicht an Bäumen Sauerier Sauerier Peppa Wutz Peppa Wutz Peppa Wutz Ich bin Peppa Wutz Das ist mein kleiner Bruder Schorsch Das ist Mama Wutz Und das ist Papa Wutz Peppa Wutz Schluck auf Peppa Wutz Peppa Wutz Peppa Wutz Mama und Papa Wutz Frühstücken Es ist ein schöner sonniger Tag Und Peppa und Schorsch können es kaum erwarten Im Garten zu spielen Mami, dürfen wir jetzt nach draußen? Ihr könnt nach draußen gehen, wenn ihr gefrühstückt habt Schorsch, trink den Saft nicht so schnell. Schorsch hat seinen Saft zu schnell getrunken und nun hat er Schluckauf. Dürfen wir draußen spielen, Mama? Erst, wenn der Schluckauf weg ist. Aber er hat keinen Schluckauf mehr, Mama. Stimmt doch, Schorsch. Na also gut, ihr könnt nach draußen gehen. Pass aber auf Schorsch auf. Peppa und Schorsch spielen gerne im Garten. Schorsch, ich werfe dir jetzt den Ball zu und dann musst du ihn fangen. Schorsch, hör bitte auf damit. Schorsch, jetzt wirst du den Ball zu mir und ich muss ihn fangen. Schorsch. Oh je, mit Schluckauf kann man gar nicht richtig spielen. Schorsch, ich weiß, wie der Schluckauf weg geht. Du musst tun, was ich sage. Reib dir gleichzeitig den Kopf und den Bauch. Gut, jetzt ist der Schluckauf weg. Peppas an die Schluckauf-Kur scheint nicht zu wirken. Peppas an die Schluckauf-Kur scheint nicht zu wirken. Schorsch, du hast es falsch gemacht. Ich weiß, was Besseres ging, Schluckauf. Erst springst du dreimal in die Luft auf einem Bein. Dann wedelst du so mit den Arm und streckst die Zunge raus. Und jetzt schließ die Augen und dreh dich dreimal schnell im Kreis. Peppas neue Anti-Schluckauf-Kur wirkt auch nicht. Schorsch hat noch immer Schluckauf. Ich hab's. Schluckauf geht vorbei, wenn man das kranke Schweinchen erschreckt. Schorsch, ich werde dich jetzt erschrecken. Aber vergiss nicht, es ist nur ein Spiel und es wird deinen Schluckauf heilen. Vergiss nicht, ich tue nur so, als ob ich schreie. Peppas, mach nicht so wilde Spiele mit, Schorsch. Er ist noch klein. Tut mir leid, Mama. Ich wollte nur, dass dein Schluckauf weggeht. Der Schluckauf ist weg. Hier kommt Papa Wutz mit zwei Bechern Saft. Schorsch, du sollst nicht so schnell trinken, sonst hast du gleich wieder Schluckauf. Ich bin nicht so klein wie Schorsch. Ich kann meinen Saft so schnell trinken, wie ich will. Du sollst nicht. Peppa Woods Peppa Woods Peppa Woods Ich bin Peppa Woods Das ist mein kleiner Bruder Schorsch Das ist Mama Woods Und das ist Papa Woods Peppa Woods Fahrradfahren Heute ist ein wunderschöner sonniger Tag Genau richtig für eine lustige Fahrradtour Was für ein riesig großer Kürbis Papa Woods ist sehr stolz auf seinen Kürbis Ja, das ist wirklich ein dicker Otto Das gibt einen ordentlichen Kürbiskuchen Schneller Schorsch Klausi, Luzi, Luisa Klausi Kleff, Luzi Locke Und Luisa Löffel Sind auch mit dem Fahrrad unterwegs Schorsch kann nur Dreirad fahren Er fährt so langsam Wer als erster bei dem dicken Kürbis ist? Aber seid vorsichtig Der darf nicht kaputt gehen Weil der meinem Papa gehört Und mein Papa ist bestimmt traurig Wenn der kaputt geht Keine Sorge, Peppa Und los! Peppa und ihre Freunde Sausen auf den Kürbis zu Hey, passt auf den Kürbis auf! Hurra! Peppa, pass auf! Papas Kürbis! Entschuldigung Guckt mal, wie langsam Schorsch fährt Schorsch fährt noch ein Babyfahrrad Du hast auch ein Babyfahrrad, Peppa Du brauchst ja noch Stützräder Ich kann schon ohne Stützräder fahren Ich auch Und ich Wer als erster oben ist Kommst du mit, Peppa? Nö, ich bleibe lieber hier Bis später dann Ja Peppa würde am liebsten ohne Stützräder fahren Papa, ich will meine Stützräder nicht mehr haben Kannst du denn ohne sie fahren? Ja! Na gut, Peppa Ich mach sie ab Und schon hat Peppas Fahrrad keine Stützräder mehr Sag mal, willst du wirklich ohne die Stützräder fahren? Ja! Kannst du das denn schon? Jawohl, ich krieg das ganz bestimmt hin Das ist nicht witzig Es ist ganz schön schwierig ohne Stützräder zu fahren Brauchst du Hilfe, Peppa? Au ja, Papa Okay Achtung, fertig, los Lass nicht los, Papa Keine Sorge, ich hab dich Du bist schon richtig gut, Peppa Halt fest, Papa Weiter strampeln Peppa fährt ganz allein Ohne Stützräder Papa Wo warst du denn? Du kannst ja schon ganz gut alleine fahren Ehrlich? Ja, du bist richtig gut darin, Peppa Wirklich? Oh, ich kann's Jippie Alle mal hergucken Ich kann jetzt ganz alleine Fahrrad fahren Klausi, Luzi, Luisa, schaut mal Ich bin jetzt auch endlich meine Stützräder los Könnt ihr es sehen? Hurra! Wer ist erster beim Kürbis ist? Peppa, hey, Achtung, der Kürbis Ich bin die Schnellste Peppa schaut nicht, wo sie hinfährt Ohje, Peppa hat Papas Kürbis zermatscht Tut mir leid, Papa Jetzt ist er kaputt Der Kürbis ist egal Hauptsache du bist nicht kaputt Von jetzt an passt du aber auf, wohin du fährst Okay, das mache ich, Papa Gut Nun ja, jetzt wo der Kürbis kaputt ist Können wir hier einen Kuchen daraus backen Au ja, Kürbiskuchen Und weil Papas Kürbis so ein dicker Otto ist Wird es auch bestimmt genug Kuchen für alle geben Hurra! Peppa Wutz Peppa Wutz Peppa Wutz Ich bin Peppa Wutz Das ist mein kleiner Bruder Schorsch Das ist Mama Wutz Und das ist Papa Wutz Peppa Wutz Geheimnisse Mama Wutz hat ein Geschenk für Peppa Peppa, ich habe hier eine besondere Schachtel für dich Dankeschön, Mama Darin kannst du geheime Sachen aufbewahren Was für Sachen soll ich denn da reintun? Das kannst nur du allein wissen Es ist deine Geheimschachtel Ich weiß schon, was ich da reintun kann Gut, aber nicht verraten Ich sage es weder dir, noch Schorsch, noch Papa Geheimes Geheimnis Schorsch, guck mal, meine Geheimschachtel Sie ist noch leer Ich muss jetzt ein echtes Geheimnis in die Geheimschachtel tun Schorsch will Peppa helfen Nein, Schorsch Nur ich darf wissen, was darin ist Du musst draußen warten Bis ich was ausgesucht habe Peppa überlegt, welche geheimen Dinge sie in ihrer Schachtel verstecken könnte Jetzt ist die geheime Geheimschachtel voll Schorsch, du darfst nicht reingucken Schorsch würde sehr gerne wissen, was in Peppas Geheimschachtel ist Wenn du willst, kannst du es erraten Schausier? Ob da wirklich ein Dinosaurier drin ist? Oh, Schorsch, warum sagst du immer zu allem Dinosaurier? Aber da passt sowieso kein Dinosaurier in die Geheimschachtel Geheimschachtel Schorsch hat keine Ahnung, was sich in Peppas Geheimschachtel verbirgt Papa Wutz putzt gerade den Flur Papa, ich habe eine Geheimschachtel Mama hat sie für mich gemacht Sehr hübsch, Peppa Und was ist drin? Das ist doch geheim Schorsch wollte es erraten Aber er hat es nicht geschafft Kann ich mal raten? Ja Ist da etwa meine Brille drin? Nein Du hast sie doch auf deiner Nase Du hast recht Dummer Papa, du darfst nur noch einmal raten Okay Sind da Mamas Schuhe drin? Nein, und jetzt ist deine Ratezeit vorbei Peppa mag Geheimnisse Mama Keiner kann mein Geheimnis erraten Oh, was hat denn Schorsch da? Er hat auch eine Schachtel bekommen Für seine geheimen Sachen Nur Schorsch weiß, was drin ist Oh Peppa möchte gern wissen, was Schorsch in seiner Schachtel versteckt Bestimmt hat Schorsch sein Dino in der Schachtel Nein Schorsch hat keinen Dinosaurier in seiner Schachtel? Es ist zu schwierig Ich komme nie drauf Jetzt findet Peppa Geheimnisse nicht mehr so toll Vielleicht, wenn du Schorsch etwas von dir zeigst, dann zeigt er dir bestimmt etwas von sich Okay, aber wir müssen es gleichzeitig tun Eine gute Idee Ich zähle bis drei und dann holt ihr etwas heraus Fertig? Ja Eins, zwei, drei Schorsch zeigt eine Trommel und Peppa eine Trompete Wunderbar Ja, das klingt sehr schön Habt ihr noch mehr geheime Dinge? Schorsch hat einen Kringelkeks Oh Aber Peppas Schachtel ist leer Ich hab nichts mehr drin Aber ich habe etwas Los, kommt, greift zu Schorsch, Peppa, Mama und Papa Wutz mögen Kringelkekse unheimlich gerne Ich hab keine Geheimschachtel Aber ich weiß ein gutes Versteck für meinen Kekskringel Könnt ihr es erraten? Hm Ist das Versteck vielleicht der Kühlschrank? Nein Es ist ein geheimer Ort Mein Bauch Mein Geheimversteck ist mein geheimer Bauch Meins auch Peppa Wutz Peppa Wutz Peppa Wutz Ich bin Peppa Wutz Das ist mein kleiner Bruder Schorsch Das ist Mama Wutz Und das ist Papa Wutz Peppa Wutz Himmelsdrachen Es ist ein klarer, sonniger Tag Familie Wutz macht einen Ausflug in den Park Peppa und Schorsch wollen einen Drachen steigen lassen Schorsch will es als erster versuchen Schorsch läuft so schnell er kann Aber der Drachen fliegt nicht Schorsch, du machst das ja ganz falsch Du warst nicht schnell genug Und jetzt bin ich dran Peppa rennt so schnell sie kann Aber der Drachen will immer noch nicht fliegen Der Drachen fliegt nicht, wenn kein Wind weht Egal wie schnell ihr lauft Oh Da müssen wir wohl warten, bis ein bisschen Wind aufkommt Oh Schaut mal Der Wind ist endlich da Jetzt kann der Drachen fliegen Der Wind wird immer stärker Der Wind wählt jetzt wirklich sehr stark Schorsch Peppa Danke, Papa Jetzt ist Papa Wutz dran Papa Wutz ist sehr gut im Drachen steigen lassen Ja, ich bin nämlich Drachenfachmann Pass lieber auf die Bäume auf Der Drachen könnte sich verfangen Keine Sorge Ich weiß, was ich tue Oh je Der Drachen hängt im Baum fest Oho Oho Keine Sorge, Schorsch Papa holt den Drachen wieder runter Hurra Ähm, ja Vorsicht, da ist eine Matsche Pfütze Peppa und Schorsch hüpfen gern im Matsch herum Können wir da reinhüpfen? Ja Nein, dann seid ihr gleich ganz dreckig Oh Abstand halten, bitte Bitte sei vorsichtig, Papa Wutz Ich weiß schon, was ich tue Sei vorsichtig Nur noch ein bisschen weiter, Papa Papa Wutz, du bist viel zu schwer für den Ast Unsinn Ich weiß genau, wie schwer ich bin Pah Hurra Papa Wutz hat den Drachen befreit Oh je Was für eine Schweinerei Ist ja nur Matsch Zum Glück hat Papa Wutz sich nicht verletzt Und der Drachen ist auch heil Hurra Mama Können wir jetzt nicht doch in der Matsche Pampa rumhüpfen? Ja, da habt ihr recht Schmutziger könnt ihr wohl kaum werden Und ich weiß auch schon, wer euch nachher wieder sauber macht Oh Peppa und Schorsch lieben Matsche Pfützen Und Mama und Papa genauso Was für ein schöner Tag Matsche Pfützen machen mindestens genauso viel Spaß Wie einen Drachen steigen zu lassen Peppa Wutz Peppa Wutz Peppa Wutz Ich bin Peppa Wutz Das ist mein kleiner Bruder Schorsch Das ist Mama Wutz Und das ist Papa Wutz Peppa Wutz Picknick Heute ist ein herrlicher Sommertag Wie gemacht für ein richtig gutes Picknick Papa Wutz trägt den Picknickkorb Picknickdecke, Brot, Milch, Gurken und Limonade Haben wir irgendwas vergessen? Mamas Erdbeerkuchen Hat mir Spaß gemacht Den Kuchen hab ich zuallererst eingepackt Abfahrbereit? Jawohl Jawohl Dann geht's los Das sieht wie ein guter Picknickplatz aus Das sieht wie ein guter Picknickplatz aus Hurra! Genießt die frische Luft Wir sollten ein bisschen Sport treiben Ich will essen und dann schlafen Ich will auf gar keinen Fall Sport treiben Vielleicht sollte Papa etwas Sport treiben Wegen seinem Dickbauch Ich hab keinen dicken Bauch Aber später werde ich Sport treiben Auch wenn keiner mitmacht Essen Gute Idee, Mama Wutz Ich bin sehr hungrig Mh, köstlich Oh, bin ich jetzt müde Aber wolltest du nicht Sport treiben, Papa Wutz? Später Da, da ist ein Ententeich Mama, kann ich die Enten füttern? Ja, ihr könnt ihnen die Brotreste geben Peppa und Schorsch verfüttern ihr ganzes Brot Mama, ich glaube, sie wollen noch mehr Aber das Brot ist alle Ich glaube, sie sind jetzt satt Tut mir leid, Frau Ente Ich hab nichts mehr Damit geben sich die Enten aber nicht zufrieden So viel zu Papa Wutz und den Sportübungen Äh, was? Ihr schon wieder? Ihr habt's doch gehört Es gibt kein Brot mehr Mama, es gibt doch noch Erdbeertorte Na, wenn davon etwas übrig bleibt Kriegen es die Enten Alle haben Heißhunger auf den Erdbeerkuchen von Mama Wutz Ihh, eine Wespe Ich hasse Wespen Rieck dich nicht auf, Mama Wutz Ist ja nur eine kleine Wespe Geh weg, du Wespe! Jetzt halt still, Mama Wutz Dann fliegt sie weg Siehst du? Man muss nur still halten Äh, geh weg! Hau ab! Hey! Hilfe! Oh! Geh weg, du! Ich hoffe, die Wespe sticht Papa nicht Oh! Geh weg, du widerliches Ding! Niemals, Papa Wutz rennt viel zu schnell für die Wespe Los, kommt, wir essen Bevor die Wespe zurückkommt Oh nein, ich hab die Enten ja ganz vergessen Ich glaub, sie ist weg Du hast ja gesagt, du wolltest Sport treiben, Papa Wutz Und ich hab's dir nicht geglaubt Glück gehabt, dass ich meinen Kuchen nicht verloren habe Halt, Papa! Die Enten haben noch gar nichts bekommen Oh! Ihr habt vielleicht ein Glück Sag Danke zu Papa Wutz Ach, keine Ursache Es wird Zeit, dass wir fahren Sag den Enten auf Wiedersehen Bis bald, Enten Auf Wiedersehen Peppa Wutz Peppa Wutz Peppa Wutz Ich bin Peppa Wutz Das ist mein kleiner Bruder Schorsch Das ist Mama Wutz Und das ist Papa Wutz Peppa Wutz Musikinstrumente Mama und Papa Wutz sind gerade mit dem Hausputz fertig Mama Wutz und ich haben was auf dem Dachboden entdeckt Oh! Könnt ihr erraten, was drin ist? Hm Nö Sie ist voller Musikinstrumente Sie sind ein bisschen alt und verstaubt Auf der Geige habe ich gespielt, als ich noch klein war Mama, kannst du uns was vorspielen? Ich habe schon lange nicht mehr gespielt Ach bitte, Mama, spiel doch mal Hoffentlich kann ich es noch Bravo Mama, kann ich auch mal spielen? Du musst sie so halten Okay, mache ich Oh je Peppas Geigenspiel klingt lausig Schorsch will es auch mal versuchen Du musst sie so halten, Schorsch Oh Das klingt auch nicht viel besser Geigespielen ist viel zu schwer Peppa Vielleicht klingt es auf dieser Trommel besser Danke, Papa Das klingt viel besser Peppa spielt großartig Oh, wie schön Ja, hört sich gut an Da ist ja Papas altes Akkordeon Das habe ich gespielt, als ich Mama kennengelernt habe Oh, Papa Wutz Ich kann mich gut erinnern Schorsch will auch mal Akkordeon spielen Bist du sicher? Akkordeon spielen ist sehr schwer Schorsch, das Akkordeon ist fast so schwer zu spielen wie meine Trommel Okay, Schorsch Oh Das Akkordeon ist wirklich sehr schwer zu spielen Papa Welche anderen Instrumente sind da noch drin? Dieses Horn Darf ich mal? Du musst feste pusten Das klingt nicht so gut Das geht gar nicht Ich glaube, ich konnte mal drauf spielen Na, das klingt auch nicht besser Ho, ho, ho Dafür muss man wohl schon so stark und groß sein wie ich Also, das klingt überhaupt nicht gut Peppa hat recht Es geht wirklich überhaupt nicht Macht nichts, Papa Wutz Spiel weiter Akkordeon Das machst du wunderbar Ho, ho Na ja, ich spiele es ganz gut Auch wenn es eingebildet klingt Und ich spiele meine Geige Und ich spiele Trommel Mama Wutz spielt Geige Papa Wutz spielt Akkordeon Peppa trommelt Und Schorsch, was soll er spielen? Schorsch bläst das Horn Mama hat es nicht geschafft Und Papa hat es auch nicht geschafft Nicht mal ich konnte das spielen Aber Schorsch, der kriegt das hin Was soll er sehen? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Heppa tut so, als sei sie ein Schmetterling. Ich bin ein Schmetterling. Schorsch wäre auch gern ein Schmetterling. Schorsch, ich bin der Schmetterling. Du musst ein anderes Tier sein. Ich weiß, du kannst ein Ringelwurm sein. Schaut her, ich bin ein Schmetterling. Oh je, Schorsch hat keine Lust, ein Ringelwurm zu sein. Er wäre lieber ein Schmetterling. Och, als ich ein kleines Ferkel war, habe ich mir oft vorgestellt, ich sei ein Wurm. Wurmspielen ist ganz leicht. Ich zeig's dir mal. Erst musst du dich mal hinlegen, so auf den Boden. Dann ringelst du dich so. Ich bin ein Ringelwurm. Es macht viel mehr Spaß, Ringelwurm zu spielen, als Schorsch dachte. Ich bin ein kleiner Schmetterling. Ich bin ein kleiner Schmetterling. Schaut mal, ich bin ein Schmetterling. Ja, Peppa, und du bist ein sehr schöner Schmetterling. Opa, Schorsch, was macht ihr da? Wir sind Ringelwürmer. Ich wär wohl jetzt auch ein Ringelwurm. Ich bin ein Ringelwurm. Ich bin ein Ringelwurm. Ich bin ein Ringelwurm. Ich bin ein Ringelwurm. Mir geht es gut. Das ist so gut. Ich bin ein Ringelwurm. Das macht Spaß. Was für ein Tier wollt ihr jetzt sein? Hm, ich weiß nicht. Guck, Opa, da ist ein kleiner Frosch. Warum spielt ihr nicht einfach Frosch? Frösche sind weder wunderschön noch so süß wie Würmer. Aber sie spielen dasselbe wie ihr. Hm, spielen Frösche mit Puppen? Aber, Peppa, was magst du am liebsten? Ich mag Matschepampe. Genau, Frösche hüpfen ja auch gerne Matsch herum. Los, Schorsch, wir spielen Frosch. Jetzt sind wir Frösche. Jetzt sind wir Frösche. Der Frosch hat eine tolle Matschepfütze zum Herumspringen entdeckt. Peppa und Schorsch lieben es, in Matschepfützen herumzuspringen. Alle lieben es, in Matschepfützen herumzuspringen. Schmetterlinge und Würmer mag ich. Aber Frösche mag ich am allerliebsten. Schmetterlinge und Würmer mag ich. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Verkleiden Peppa und Schorsch spielen in Mamas und Papas Schlafzimmern. Was ist das? Peppa hat eine Kiste mit alten Kleidern entdeckt. Boah, das ist Papas Hut und das ist Mamas Kleid. Und Schorsch, sollen wir uns als Mama und Papa verkleiden? Hier ist Papas Hut. Und hier ist Papas Mantel. Du bist Papa Wutz. Und jetzt komm ich. Ich wär jetzt wohl Mama. Das ist Mamas Hut. Papa Wutz, wo sind deine Schuhe? Ich hätte wohl Stöckelschuhe. Und jetzt muss ich mich schön machen. So wie Mama. Peppa hat Mamas Schminkkästchen gefunden. Aha. Zuerst Puder. Sehr hübsch. Und jetzt noch Lippenstift. Mama Wutz ist so schön. Beeilung, Papa Wutz. Du musst jetzt zur Arbeit. Mama Wutz arbeitet am Computer. Hallo, Peppa. Hallo, Schorsch. Wie bitte, meine Dame? Peppa, ich hab nur Hallo gesagt. Ich bin nicht Peppa. Ich bin Mama. Ach so, natürlich. Hallo, Mama Wutz. Hallo. Und das ist Papa Wutz. Schorsch. Dir auch guten Tag, Papa Wutz. Entschuldigt mich. Ich habe noch eine Menge zu tun. Hallo. Ja. Machen Sie das. Oh, dann gut. Okay. Peppa genießt es, Mama Wutz zu spielen. Aber Schorsch langweilt sich allmählich. Ein Augenblick. Ich hab's gleich. So, geschafft. Na los, Papa Wutz. Und jetzt bist du dran. Wiedersehen, Mama und Papa Wutz. Wiedersehen. Papa Wutz gräbt im Garten ein Loch. Hallo, Peppa. Hallo, Schorsch. Wieso Peppa? Ich bin Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Papa Wutz will hier arbeiten. Sehr freundlich von Ihnen, Papa Wutz. Aber Vorsicht, es ist ein tiefes Loch. Ich hoffe, du trägst nicht deine besten Anziehsachen bei dieser Schmutzarbeit. Ich will jetzt auch mal so laut grunzen. Eiscreme für alle. Eiscreme? Peppa, Schorsch, zieht die dreckigen Klamotten aus, bevor ihr esst. Ich bin Mama und das ist Papa. Bist du sicher? Ja. Und wo sind Peppa und Schorsch? Weiß ich nicht. Oh, zu schade. Ich hab nämlich ihr Lieblingseis gekauft. Aber wenn sie nicht da sind, dann... Hier sind wir. Peppa, Schorsch, da seid ihr ja. Ja, Mama. Wir haben uns doch nur verkleidet. Haha, da habt ihr uns wohl reingelegt. Peppa, Schorsch, Peppa, Schorsch, Peppa, Schorsch, Peppa, Schorsch, Peppa, Schorsch. Ich bin Peppa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Neue Schuhe. Peppa und Schorsch haben im Garten gespielt. Peppa, wo sind deine Schuhe? Oh, sie sind weg. Bestimmt finden wir sie wieder. Vielleicht sollten wir mal im Garten nachschauen. Ja. Alle machen sich auf die Suche nach Peppas Schuhen. Mama Wutz sucht im Blumenbeet, aber da sind die Schuhe nicht. Oh. Papa Wutz schaut im Schubkarren nach, aber da sind die Schuhe auch nicht. Oh. Peppa und Schorsch sehen in den Blumentöpfen nach, aber auch da sind die Schuhe nicht. Oh. Jetzt waren wir überall, aber Peppas Schuhe sind verschwunden. Peppas Schuhe sind weg. Jetzt habe ich keine Schuhe mehr zum Anziehen. Na ja, Peppa, die Schuhe waren ja schon ganz alt. Wir kaufen ein neues Paar. Könnten meine neuen Schuhe rot sein? Klar doch. Wieso denn nicht? Schorsch. Ich bekomme neue rote Schuhe. Mama Wutz und Peppa sind in Frau Mümmels Schuhladen. Hallo, Frau Mümmel. Hallo, Mama Wutz. Wir hätten gerne ein paar neue Schuhe für Peppa. Rote Schuhe. Wir finden ganz bestimmt schöne Schuhe für dich. Ja, rote. Bitte. Na sicher. Schau mal. Boah. Rote Schuhe. Schorsch und Papa Wutz spielen Dame. Oh, sehr gut, Schorsch. Papa, Papa. Guck mal, meine Schuhe. Sie sind rot. Oh ja, sie sind sehr rot. Mama, findest du meine Schuhe schön? Ja, Peppa. Und sie stehen dir sehr gut. Schorsch, wie findest du meine Schuhe? Alle finden Peppas neue Schuhe schön. Ich liebe meine Schuhe so sehr. Ich will sie von jetzt an für immer anbehalten. Es ist Zeit, ins Bett zu gehen. Peppa will ihre Schuhe nicht mal beim Baden ausziehen. Und selbst im Schlafanzug hat Peppa ihre Schuhe immer noch an. Peppa will die Schuhe sogar im Bett tragen. Peppa, willst du die Schuhe nicht doch lieber ausziehen? Nein, ich ziehe sie überhaupt nie mehr aus, Mama. Wie du meinst. Dann schlaft gut, Peppa und Schorsch. Gute Nacht, Mama. Schlaf gut, Papa. Schlaf gut, meine Schweinchen. Es hat die ganze Nacht geregnet und der Garten ist ganz nass. Mama Wutz trägt Gummistiefel, Papa Wutz trägt Gummistiefel und Schorsch trägt auch Gummistiefel. Peppa trägt immer noch ihre roten Schuhe. Schorsch will im feuchten Gras spielen. Oh je, Peppa spielt auch gern im feuchten Gras, aber sie will ihre Schuhe nicht nass machen. Ich kann leider nicht mit dir spielen, Schorsch. Oh. Schorsch springt gerne durch den Matsch. Peppa springt auch gerne durch den Matsch, aber sie will ihre neuen Schuhe nicht dreckig machen. Oh. Mama und Papa springen auch gerne durch Matschepfitzen. Wirklich, alle springen gerne durch Matschepfitzen. Was hat Peppa vor? Aha, Peppa zieht ihre Gummistiefel an. Jippie. Ich liebe Matschepampe, aber nur mit Gummistiefeln. Hahaha. Peppa Wutz. Peppa Wutz. Peppa Wutz. Ich bin Peppa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Heute ist das große Schulfest. Peppa kann es kaum erwarten. Peppas Freunde sind schon da. Luzi Locke, Molly Mietze, Luisa Löffel, Klausi Kleff und Pedro Pony. Hallo, da bin ich. Hallo, Peppa. Ich finde das Schulfest schön. Ich auch. Was ist am besten? Das Schminken. Ich mag die Balance. Mir gefällt die Hüftburg am besten. Ich mag einfach alles. Hoho, eine gute Wahl, Peppa. Dann bis später, Peppa. Ja, bis später. Schorsch, was magst du am liebsten? Saurier. Oh je, hier gibt es leider keine Dinosaurier. Vielleicht finden wir einen Dinosaurier-Ballon. Bist du sicher, dass es hier so etwas gibt, Papa Wutz? Ja, ganz bestimmt. Können Schorsch und ich uns erst einmal schminken lassen? Na klar. Frau Mümmel hat alle Freunde von Peppa als Tiger geschminkt. Schon fertig, Luzi. Jetzt siehst du wie ein Tiger aus. Danke schön, Frau Mümmel. Boah. Siehst du aber schön aus, Luzi. Bist du eine Katze? Nein, ich bin ein Tiger. Peppa, willst du, dass ich dich auch schminke? Au ja, ich wäre gern ein Elefant. Oh je, Elefanten kann ich nicht, aber Tiger kann ich. Ja, Tiger ist gut. Schon fertig, Peppa. Jetzt bist du ein Tiger. Toll, ein Tiger. Schorsch, was willst du gerne sein? Saurier. Ein Saurier? Wie wäre es mit einem Tigergesicht? Tiger kann ich gut. Ich bin ein Tiger. Bin ich auch. Miau. Miau. Tiger sagen nicht Wurf, Wurf. Was weißt du schon? Tiger sind eben Katzen. Miau. Genau wie ich. Molly, kannst du uns zeigen, wie Tiger sein geht? Okay. Tiger können sehr leise schleichen. Und dann schnapp. Ah. 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 Tiger lecken sich gern mit ihrer Zunge ab. Und wenn Tiger sich freuen, machen sie so. Sie schnurren. Hallo, Kinder. Oh, Schweineschreck. Ihr seid ja lauter Tiger. Und ich zeige ihnen, was ein echter Tiger tut. Und was habt ihr kleinen Tiger danach vor? Tja. Stimmt ja. Wir müssen für Schorsch einen Dinosaurierballon finden. Alle bekommen einen Ballon. Hurra. Hallo, Madame Gazelle. Wir möchten Luftballons kaufen. Natürlich. Sucht euch welche aus, meine Kleinen. Kann ich den Elefantenballon haben? Bitte sehr, Peppa. Ich nehme das Känguru. Den Löwen, bitte. Den Affen, bitte. Den Papagei, bitte. Oh, oh, ja, ja, was ihr wollt. Und das Wichtigste ist, haben Sie auch einen Dinosaurierballon dabei? Oh, je. Ich fürchte, mit einem Dinosaurierballon kann ich nicht dienen. Oh. Sei nicht traurig. Ich habe eine Idee. Dann nehme ich diese beiden langen Ballons. Alles mal hergucken. Was hat Papa Wutz mit den Ballons vor? So, wer von euch weiß, was das ist? Ist das ein Känguru? Ho, ho. Nein. Es ist ein... Sousia. Das stimmt. Ein Dinosaurier. Endlich hat Schorsch seinen Saurierballon. Sousia. Jetzt will ich zur Hüpfburg. Peppa liebt es, auf der Hüpfburg zu hüpfen. Alle lieben es, auf der Hüpfburg zu hüpfen. Das ist für immer das schönste Schulfest. Peppa Wutz. Peppa Wutz. Peppa Wutz. Ich bin Peppa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Mama Wutz hat Geburtstag. Heute hat Mama Wutz Geburtstag. Papa Wutz bringt Mama Wutz das Frühstück ans Bett. Herzlichen Glückwunsch, Mama Wutz. Peppa und Schorsch haben die Geburtstagskarte gemalt. Herzlichen Glückwunsch, Mami. Oh, was für eine schöne Geburtstagsüberraschung. Und es werden noch Überraschungen folgen. Genieß doch dein Geburtstagsfrühstück. Nimm dir Zeit. Yum, yum. Schnell. Wir haben noch viel zu tun. Papa Wutz hat für Mama Wutz einen Geburtstagskuchen gebacken. Jetzt schnell noch die Kerzen drauf. Eins, zwei. Ich komme. Mama Wutz ist mit ihrem Geburtstagsfrühstück fertig. Mama kommt runter. Oh nein, wir sind noch nicht fertig. Äh, wer ist da? Ich bin's. Kann ich herein? Nein, nein. Ist etwas Geheimes im Gange? Äh, nein. Nichts ist im Gange. Du kannst nur nicht rein. Verstehe. Mama Wutz, mach es dir doch im Wohnzimmer gemütlich. Das klingt gut. Heute ist ein Geburtstag. Schon gut, Pepper. Ich weiß, wo das Wohnzimmer ist. Hier ist was Nettes zu lesen. Dankeschön, Pepper. Und hier noch ein bisschen Musik. Dankeschön, Pepper. Wir brauchen genau die passende Anzahl von Kerzen. Eins, zwei, drei. Oh je. Wir haben nicht annähernd genug. Papa, wie alt wird Mama? Ich flüster, ist die ins Ohr. Boah, so alt. Weißt du, ich finde, drei Kerzen sind genug. Der Geburtstagskuchen für Mama Wutz ist fertig. Hurra. Wir müssten jetzt nur noch schnell das Wohnzimmer schmücken. Hallo, Mami. Ah, da seid ihr ja alle. Kann ich ein bisschen rauf? Genau. Willst du nicht ein bisschen draußen spazieren gehen? Hab ich die Wahl? Nein. Bis bald, Mami. Geh schön spazieren. Wir rufen dich, wenn du wieder reinkommen kannst. Ich hab ganz vergessen, wie anstrengend so ein Geburtstag ist. Papa Wutz, Pepper und Schorsch schmücken das Wohnzimmer. Das macht Spaß. Oma und Opa Wutz kommen, um Mama Wutz zu gratulieren. Herzlichen Glückwunsch, Mama Wutz. Kommst du nicht mit uns rein? Oh, ich darf noch nicht. Papa Wutz, Pepper und Schorsch haben noch geheimnisvolle Dinge zu tun. Wie aufregend. Bis später. Tschüss. Mami, willst du nicht mehr langsamer reinkommen? Ja, unbedingt. Schließ die Augen. Aber nicht heimlich blinzeln, Mama. Eins, zwei, drei. Öffne die Augen. Herzlichen Glückwunsch, Mama Wutz. Was für eine schöne Überraschung. Blas die Kerzen aus. Und wünsch dir etwas. Mami, Mami, pack dein Geschenk aus. Weißt du, was es ist? Nein, kein Schimmer. Sieh schnell nach. Welch ein wunderschönes Kleid. Du bist wunderschön. Nun müssen wir aber auch noch fein ausgehen. Was ist das? Zwei Theaterkarten für heute Abend. Dankeschön. Mama Wutz geht sehr gerne ins Theater. Und Oma Wutz und ich passen so lange auf eure lieben Kinderchen auf. Hurra! Was für ein super Geburtstag. Ich bin die glücklichste Mama auf der ganzen Welt. Und die allerschönste. Peppar Wutz. Peppar Wutz. Peppar Wutz. Peppar Wutz. Ich bin Peppar Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppar Wutz. Die Zahnfee. Heute gibt es das Lieblingsessen von Peppar und Schorsch. Spaghetti. Hoho, was für ein Lärm. Fertig. Ah, jetzt herrscht wieder Ruhe. Was ist das? Ein Zahn. Wo ist der hergekommen? Peppar, schau doch mal in den Spiegel. Oh. Es ist mein Zahn. Er ist rausgefallen. Keine Sorge, Peppar. Es ist doch ein Milchzahn. Die müssen ausfallen. Kriege ich einen neuen, Mama? Ja, der wächst nach, Peppar. Und ganz bestimmt kommt die Zahnfee dich besuchen. Die Zahnfee? Ja, die Zahnfee. Wenn du deinen Zahn unter dein Kissen legst, kommt heute Nacht die Zahnfee. Die Zahnfee holt sich deinen Zahn und legt dir dafür einen Goldtaler unter das Kissen. Wenn ich groß bin, will ich eine Zahnfee sein. Und was willst du werden, wenn du groß bist, Schorsch? Saurier. Ein Dinosaurier. Schnell, Schorsch. Schlafenszeit. Wir wollen die Zahnfee nicht verpassen. Bevor sie schlafen gehen, putzen sich Peppar und Schorsch die Zähne. Peppar, was machst du da? Ich putze meinen Zahn, damit er hübsch und sauber ist für die Zahnfee. Peppar kann gar nicht schnell genug ins Bett kommen. Sie legt ihren Zahn unter das Kissen. Für die Zahnfee. Schlaft gut, Peppar und Schorsch. Schlaf gut, Mama. Schlaf gut, Papa. Gute Nacht, meine kleinen Schweinchen. Schorsch, ich werde nicht schlafen. Lass uns die ganze Nacht wach bleiben. Ich will die Zahnfee sehen. Die Zahnfee kommt ganz schön spät. Die Zahnfee lässt sich wirklich Zeit. Wo bleibt diese Zahnfee? Was ist das für ein Geräusch? Ist es die Zahnfee? Schorsch, hörst du das auch? Ach, Schorsch. Das Geräusch kommt nur von Schorsch. Er ist einfach eingeschlafen. Schorsch ist wirklich überhaupt nicht gut im Wachbleiben. Ich schon. Ich werde wach bleiben und die Zahnfee sehen. Ich werde nicht einschlafen. Die Zahnfee ist da. Aber Peppar schläft tief und fest. Hallo, Peppar. Gibst du mir deinen Zahn für diesen schönen Goldtaler? Wie blitzeblank der Zahn ist? Schönen Dank, Peppar. Schlaf gut. Peppar, Schorsch, wacht auf. Guten Morgen. Was? Ich habe doch gar nicht geschlafen. War die Zahnfee da? Nein. Guck doch mal unter dein Kissen. Sieh mal, Peppar. Die Zahnfee war da und hat dir einen Goldtaler gebracht. Hurra! Du hast also doch geschlafen, oder? Ähm, also vielleicht, aber nur ein kleines bisschen. Beim nächsten Mal bleibe ich aber wach. Und dann werde ich die Zahnfee bestimmt sehen. Pepparwurz. 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 Ich bin Pepparwurz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wurz. Und das ist Papa Wurz. Pepparwurz. Das neue Auto. Heute macht Familie Wurz einen Ausflug in ihrem roten Auto. Wollen wir ohne Verdeck fahren? Ja, bitte. Peppar und Schorsch fahren sehr gern mit im Auto. Seid ihr stark bereit? Sind wir. Dann geht's los. Ich mag unser Auto. Und unser Auto mag uns. Nicht wahr? Oh je, das Auto klingt aber gar nicht gut. Was ist los, Papa Wurz? Ähm, äh, ich weiß nicht. Wir bringen es zu Opa Wurfs Werkstatt. Er kann nachschauen. Eine gute Idee, Mama Wurz. Opa Wurz hat eine Autowerkstatt. Er kennt sich mit Autos bestens aus. Oh je, Papa Wurz. Dein Auto klingt aber gar nicht gut. Kannst du es reparieren, Opa Wurf? Ja, aber es wird den ganzen Tag dauern. Oh. Wir wollten doch heute einen Ausflug machen. Kein Problem. Ihr könnt gern so lange dieses neue Auto ausleihen. Hurra! Danke schön, Opa Wurf. Wollt ihr ohne Verdeck fahren? Ja, bitte. Ich drück nur auf diesen roten Schalter. Was für ein erstaunliches Auto. Oh. Wenn ihr zurückkommt, ist euer Auto fertig. Danke, Opa Wurf. Wiedersehen. Tschüss. Bis bald. Wiedersehen. Peppa und ihre Familie gefällt das neue blaue Auto. In diesem Auto gibt es aber viele Schalter. Wozu ist der grüne Schalter da, Papa? Mal sehen. Zauberfenster. Papa, mach die Zauberfenster runter. Wozu ist der blaue Schalter da? Keine Ahnung. Mal sehen. Ich mag dieses neue Auto. Behalten wir es? Nein, wir behalten es nicht, Peppa. Wir haben es nur für heute ausgeliehen. Oh. Oh nein. Ich glaube, es gibt Regen. Ja, schnell das Verdeck zu. Aber welcher ist der Verdeckzuschalter? Und Fehlanzeige. Aha. Das muss der Schalter sein. Das neue blaue Auto hat Papa Wurz nass gespritzt. Dummer Papa. Das ist nicht das Verdeck. Der Schalter. Ups. Wieder falsch. Der Schalter. Hilfe. Oh je. Wo ist bloß der richtige Schalter? Ich glaube, das Auto mag mich nicht. Versuchen wir den roten Schalter. Hurra. Aber jetzt regnet es nicht mehr. Können wir das Dach wieder aufmachen? Ähm ja. Welcher Schalter war es noch? Der rote war es. Hurra. Hurra. Opa Wurz hat das Auto repariert. Euer Auto ist fertig. Hurra. Danke dir, Opa Wurz. Behalte den Rest. Vielen Dank, Papa Wurz. Gute Fahrt. Wiedersehen. Tschüss. Bis bald. Ah, unser altes Auto ist doch das Beste. Ich mochte das Neue, aber unser altes Auto mag ich lieber. Und ich glaube, unser altes Auto mag uns. Nicht wahr? Ich weiß nicht. Hahaha. 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 Pepper Wurz. Pepperwurz Pepperwurz Ich bin Pepperwurz Das ist mein kleiner Bruder Schorsch Das ist Mamawurz Und das ist Papawurz Pepperwurz Schatzsuche Oma und Opa Wurz veranstalten eine Schatzsuche für Pepper und Schorsch Oma Wurz zeichnet die Schatzkarte Opa Wurz vergräbt den Schatz an einem geheimen Ort im Garten Opa Wurz, bist du fertig? Pepper und Schorsch werden bald hier sein Nur keine Eile, Oma Wurz Da kommen sie schon Schnell, Opa Wurz, sie sind da Bin schon fertig Opa Wurz hat es gerade noch rechtzeitig geschafft Oma Wurz, wir sind da Oma Wurz Hallo meine Kleinen Opa Wurz Opa Wurz Ahoi ihr Zweiherzchen Pepper, Schorsch, heute geht's auf Schatzsuche Im Garten ist irgendwo ein Schatz vergraben Wow, ein Schatz Wo ist er? Du musst schon danach suchen Hier ist die Schatzkarte für Pepper Und Schorsch kriegt meinen Piratenhut Ei, ei, Herr Käpt'n Schorsch Der Plan sieht kompliziert aus Papa, hilfst du mir? Na klar, Pepper, ich bin sehr gut in sowas Äh, er ist wirklich kompliziert Papa Wurz, du hältst doch den Plan verkehrt rum Ja, dachte ich mir schon Ist doch ganz leicht Der Schatz liegt da, wo das rote Kreuz ist Aber wo stehen denn bloß die beiden Apfelbäume? Hm, keine Ahnung Wollt ihr einen Tipp? Ja, bitte Der erste Brief ist in einer Flasche Aber wo ist die Flasche? Ich kann sie sehen Pepper hat den ersten Hinweis entdeckt Eine Flaschenpost Kommt alle her, hier ist die Flasche Sehr gut, Pepper Lass sehen, was hier drauf steht Oh, der Brief stammt von einem Piraten Mama, kannst du den Piratenbrief lesen? Hm, der Pirat schreibt aber sehr unleserlich Der Pirat hat eine schöne Handschrift Ich kann's jedenfalls nicht lesen Da steht deutlich geschrieben Folge den Pfeilen Folge den Pfeilen? Schorsch hat den zweiten Hinweis gefunden Pfeile aus Stöcken gelegt Guck, sie zeigen da lang Peppa und Schorsch folgen den Pfeilen Guck, Schorsch, ein Schlüssel Peppa hat den nächsten Hinweis gefunden Einen Schlüssel Fein gemacht, Peppa Jetzt müsst ihr die Schatzkiste finden Die dazu gehört Aber ich weiß doch nicht, wo Schau doch mal auf die Schatzkarte Guck mal, Peppa Hier sind zwei Apfelbäume dargestellt Hier ist ein Apfelbaum Und da ist noch ein Apfelbaum Also liegt der Piratenschatz hier Sehen wir nach Oh je, hier scheint aber nichts zu sein Halt, Stopp, da ist doch etwas Boah, ein Schatz Hurra Gut gemacht Ich hab den passenden Schlüssel Wow, ich fass es nicht Goldtaler, die sind dein Vermögen wert Viel mehr als das Das sind keine Goldtaler Es sind Schokotaler Und hier ist ein Schokoladentaler für jeden von uns Hurra Peppa und Schorsch lieben Schokotaler Alle lieben Schokotaler Oma, Opa, das ist die beste Schatzsuche von allen P interests Theötcia He P snake He Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Mama und Papa Wutz machen für Peppa und Schorsch Frühstück. Frühstück ist fertig. Peppa hat rote Punkte im Gesicht. Mama, ich fühle mich nicht so gut. Oh je, Peppa, du siehst doch gar nicht gut aus. Keine Bange, ich frage Dr. Braunbär. Dr. Braunbär am Apparat. Unsere Peppa ist krank. Ihr Gesicht ist voller roter Punkte. Aha, bringt sie erst mal ins Bett. Und ich komme gleich mal vorbei. Da ist Dr. Braunbär schon. Hallo, Peppa. Wie fühlst du dich? Mir geht's nicht so gut. Streck mal die Zunge raus, bitte. Mhm. Es ist gar nichts Ernstes. Nur ein harmloser Hautausschlag. Kriege ich Medizin? Der Ausschlag wird bald vorbei sein. Aber wenn du möchtest, bekommst du von mir einen Löffel Medizin. Ja, bitte. Leider schmeckt sie nicht besonders lecker. Mund weit auf. Äh, wie grässlich. Das hast du wirklich gut gemacht. Du warst sehr tapfer. Peppa bleibt besser im Bett. Ich höre später noch einmal nach, wie es ihr geht. Darf Peppa Besuch haben? Oh ja, selbstverständlich darf sie. Der Ausschlag ist nicht ansteckend. Bis bald. Bis bald, Dr. Braunbär. Jetzt stehe ich aber auf. Dr. Braunbär hat gesagt, du sollst noch ein Weilchen im Bett bleiben. Äh, das ist so öde. Du könntest doch aber Krankenbesuch bekommen. Kann Luzi Locke vorbeikommen? Luzi Locke ist Peppas beste Freundin. Ich frage mal Luzis Mama. Hallo, Frau Wutz. Peppa möchte gerne Luzi sprechen. Hallo, Luzi. Hallo, Peppa. Mir geht's nicht so gut. Ich habe rote Punkte im Gesicht. War der Doktor da? Ja, Dr. Braunbär war hier. Er hat mich genau untersucht und gesagt, ich wäre tapfer. Bist du denn richtig krank? Ja, ja. Es ist wirklich wahr. Ich muss im Bett bleiben. Dr. Braunbär hat mir Medizin gegeben. Die schmeckte ganz ekelhaft. Ich komme gleich vorbei. Ich ziehe nur noch meine Schwestern Sachen an. Luzi Locke besucht die kranke Peppa. Sie trägt ihr Krankenschwesterkostüm. Klausi, Clef und Luisa Löffel sind mitgekommen. Hallo, Peppa. Hallo. Wie geht es dir? Nicht so besonders gut. Ich muss im Bett bleiben. Wie können wir dir denn helfen? Bringt ihr mir ein Gläschen Limo? Ja, gern. So langsam genießt Peppa das Kranksein. Dankeschön, Luzi. Geht es dir schon etwas besser? Ein kleines bisschen. Klausi, fragst du meine Mama, ob ich Eis kriege? Und Luisa, bringst du mir ein paar Blumen aus unserem Garten? Dr. Braunbär ist da, um noch Peppa zu sehen. Ah, gut. Die Krankenschwester ist da. Wie geht es der Patientin? Äh, ich bin keine echte Schwester. Wir tun nur so. Verstehe. Soll ich mir denn mal die Patientin ansehen? Ja, bitte. Sehr schön. Die roten Punkte alle fort. Du bist nicht mehr krank. Auch kein kleines bisschen? Was meinst du? Also, ich glaube, ich bin noch nicht richtig gesund. Hm. Ich spiele jetzt ein bisschen Ball draußen im Garten. Wer will mitspielen? Ich, ich, ich. Ich auch. Ho, ho, ho. Dünner Lütchen. Patient vollständig genießt. Oh. Peppa Wutz. Peppa Wutz. Peppa Wutz. Peppa Wutz. Geist. Keva Wutz. Peppa Wutz. Happy weekend. Mah-